Ja, es gibt ja den Ausspruch, Migration ist die Mutter aller Probleme und ich würde sagen, Migration ist die Mutter allen Fortschritts, weil ich glaube, dass alles, was sich auf der Welt je verändert, dadurch zustande gekommen ist, dass Menschen in Kontakt miteinander gegangen sind und dass das eine grundsätzliche Funktion von Entwicklung ist. Und wir haben hier die riesige Chance, dass viele Menschen aus einer Kultur zu uns kommen, die sehr viel offener umgehen wie wir miteinander, sehr viel familiärer umgehen, sehr viel solidarischer umgehen. Das sind Dinge, die in unserer Kultur zu kurz gekommen sind in den letzten Jahrzehnten. Vielen Dank.